Bei LEAX Detmold fokussieren wir uns auf Kundenorientierung. Wir optimieren Prozesse mit dem klaren Ziel, Verschwendungen zu vermeiden und den wertschöpfenden Anteil an unseren Produkten zu erhöhen. Hierzu gehören einfache Ansätze wie 5S und die Definition möglichst direkter Materialflüsse durch unsere vielstufige Produktion ebenso wie komplexere Themen, zum Beispiel die Erhöhung der Gesamtanlagenverfügbarkeit oder die Änderung des Layouts zur Ermöglichung von Mehrmaschinenbedienung. Basierend auf professioneller Datenanalyse definieren wir geeignete Maßnahmen und verfolgen deren Umsetzung systematisch. Durch Anwendung von Prinzipien aus den Bereichen Lean und Six Sigma garantieren wir schlanke Fertigungsprozesse und die Qualität, die den Vorgaben und Erwartungen unserer Kunden entspricht. Wir haben den Anspruch, uns im Rahmen von Kundenprojekten weiterzuentwickeln und mit unseren Leistungen ihre Anforderungen zu erfüllen. Partnerschaftliche Zusammenarbeit, die Einführung neuer sowie die Weiterentwicklung etablierter Prozesse, der Einsatz vorhandener Methodenkompetenz sowie die Realisierung zukunftsorientierter Produktionskonzepte sind dabei die Hebel, die wir bewegen, um sie zufriedenzustellen. Darum Dharma bijvoorbeeld zum Beispiel